Willkommen zurück zu Overwatch. Jetzt ist das Spiel raus und ich habe natürlich wieder den Shiki dabei. Ja, hallo Leute, Shiki hier. Oh wei. Es wird witzig. Seit heute Nacht ist Overwatch da. Shiki hat schon ein bisschen gespielt, ich noch nicht. Für mich ist es jetzt die erste Runde. Ich fange mal gleich mit einem Supporter an. Nice. Ich wette, wir kriegen trotzdem kein Tink. Das geht heute schon den ganzen Tag so. Da ist einer. Tatsache, wow. Okay. Euer Bestion ist trotzdem gut. Wir haben halt kein Builder, aber was interessiert es? Ja. So rum wollte ich es haben. Ich habe gerade einen Reward bekommen für... Oh, ich habe ja The Friend Zone. Einfach fürs Zusammenspielspiel. Achso, ja. Cool. Ich glaube, da kriegen wir sogar... Ja, nochmal doppelte Rate. Voll. Ich glaube, ich habe... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich Lucio in der Aufnahme hatte. Ich glaube nicht. Lucio ist ein Supporter, kann an der Wand rumrennen, kann die Mitspieler heilen oder schneller machen. Und seine Ultis und Schilds aktivieren. Ja, also sehr, sehr nützlich. Und Passivheit da halt auch noch alles. Ich spiele wieder Hanso. Bogenschützen, Sniper, Gedöns. Da oben hockt bestimmt schon wieder eine Widowmaker drin. Ob ich die treffe, sei mal dahingestellt. Also irgendwas läuft rum, ja? Oh, ich habe Headshots gebracht. Oh Gott, hi Genji. Pfarrer, schwebt oben. Ich habe ein kleines Problem mit dem Genji hier. Ich treffe mich nicht. Kriege ich dich geheilt? Unter dir? Ich habe ein... Ich weiß nicht... Nee, Moment. Ging nicht. Oh, Reinhardt. Normalerweise treffe ich den locker, aber ich weiß gerade nicht. So, erhöhen wir mal die Highlights, Tom. Ich weiß immer nicht, ob ich so hoch laufen kann. Ich glaube, doch, Tatsache. So, wir haben gerade irgendwo einen Kill gekriegt. Meine, meine Maus schwimmt ein bisschen, aber lackig. Also ich kriege extrem viele Healing-Punkte. Ja, klar. Wo ist die denn schon wieder? Ich kriege immer nur einen... Da ist die. Treffer? Ja, nice. Der Rotog hat gerade die Pharah aus der Luft gepickt, während die was machen wollte. Ähm. Meine, meine... Meine Maus... Okay, ich bin voll... Fuck, ich wollte gerade meine Ult aktivieren. Meine Maus spinnt. Maus spinnt. Ah, der hat sich hinter uns teleportiert. Maus wollte nicht nach oben und unten. Die wollte nur seit Platz. Und gut. Hier, Speedboost. Äh, ich glaube, der kommt trotzdem nicht rechtzeitig hin, oder? Natürlich nicht. Äh. Oh. Genshi? Ach, dann, Ult. Ja, keine Chance. Stopp. Geistes Match gerade. Nicht. Weißt du, sonst läuft es um einiges besser. Banale Aufnahme und Schwung geht es nicht mehr. Normal. Aha. Ja, aber... Geist. Oh, ich habe gerade eine Farrow gekült. Oh, ich habe gerade eine Farrow gekült. Wirklich. Ja. Ich treffe halt einmal und dann renn's halt weg. Wirklich. So, nochmal Highleistung erhöhen. Nee, ich muss... Ich muss dann... Oh. Fuck. Kill ihn noch, kill ihn noch. Es gibt Punkte für mich, verdammt. Nein. Ich meinte auch nicht dich. Ich meinte den Roadhog. Der hat sich einmal schießen müssen, dann wäre der Genji tot gewesen. Das letzte Mal, als ich Lusho gespielt habe, war die gleiche Map, bloß in die andere Richtung. Was macht der Bestchen da? Irgendwann im Kreis rein. Ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass meine Mauseinstimmen doch nicht übernommen wurde. Äh, ja, das ist nicht so schön. Ja, Justice reigns, aber wir haben sie trotzdem gekillt. Ich meine, wenn man eine Ult benutzen muss, um einen Lusho zu töten. Warte, was zur Hölle? Die hat eine Ult verwendet, um mich zu töten. Mich allein. Die Pfarrer. Ich glaube, die fand mich wichtig. Ich habe ein Schild. Nein. Missed. Der war nice. Oh, turn it up. Also deine, deine, deine Sonic-Pfeil. Dein Sonic-Pfeil war gerade gut. Ich komme mal zu dir hoch, ich heile dich. Jetzt läuft er weg. Achievement unlocked. Kein Touchless. Die haben selber einen Lusho. Und der Reaper hat gekillt. Ja, die Gelegenheit von dem Reaper war zu gut. Alter, was? Von Shiki kommt gerade gar kein Commentary. Hehehe. Ja. Nach dem Minus. Ja. 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 Oh, lass uns das. Ja. Alter, kann der nur mit seinem Turm Turm aufhören da oben? Autsch, Genji Die Teamkomposition ist eigentlich ganz cool von uns, aber vom Gegner auch Fuck, Abgrund Sag ich, die gebe ich schon noch da? What the hell war das gerade? Ah, endlich ist er mal wieder da Was war was? Ne, aus irgendeinem Grund hat er bei mir komplett alle, hat er mich komplett gemutet Okay Weiß auch nicht warum Ich habe nicht nur Minus gedrückt und nicht Slash, aber Okay Gut, und die Selbstmattaktion ging auch nicht mehr Ne Ich weiß nicht aus irgendeinem Grund Also eigentlich war unsere Teamkomp ganz gut Der Gegner hatte nur keinen Tank Ich muss mal was anderes spielen Weil irgendwie habe ich gerade einen irgendwie habe ich gerade einen 10 MS mehr als sonst Ja Äh, das war aber seine Schwäch Ja, natürlich, der macht Schaden Das war dem seine Schwächereaktion Die andere war besser Ah, guck mal, Healing dann Ja Ich bin in der Leiste Epic Objektive Time Gold Ne, das war, das war überhaupt nichts Das Match, ich weiß auch nicht Und natürlich die Link dann Gold Das war klar Und Level 2, hey So, dann will ich mal auf meine King's Row Attack Das ist mit meinem Pin los auf einmal Was spielen wir denn? Sanierter Bleiben wir mal bei der Supporterrolle Aber spielen offensiveren Supporter Ganz ehrlich, wo ist mein 39er-Ping? Warum habe ich den nicht mehr? Was schaust du an? Und ich weiß Mein Pin ist bei 33 Ja, mein Pin ist bei 46 Und RTT ist bei 90 RTT ist bei 70 bis 80 Bei mir Ja, das ist richtig schlecht Das ist dieser Relay-Time Mhm Server-Relay-Time Ja gut, aber wenn das Server langsam ist Das ist das Server langsam Äh, Moment Die haben auch einen Zen-Jetter Das gibt's doch nicht Vorhin pick ich, äh Dann pick ich Lusho Kriegen sie direkt danach Und Lusho War das zu früh? Ja Okay, die haben einen Turm Und da war der Turm weg Wow Dat Damage, Alter Okay, ich hab den Beinah getötet Okay, also die Die Tracer hält mich Für eine Gefahr Hi Haben die einen Junker? Oh Irgendwas hab ich gekillt W-Kill Äh, Widowmaker aufm Punkt Links oben Äh Bastion hinterm Punkt Okay Aber wir greifen hier gerade erfolgreich an Das find ich gut Weg, 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 weg Zen-Jetter holt Und Zen-Jetter tot Stunt und tot Bastion Ja Ich wollte gerade Ich, vor allem ich Kurz bevor ich gestunt wurde Hab ich gerade überlegt Ich könnte jetzt auch meine Ult zünden Ich hab, ich hab meine Ult noch gezündet Ja, ich hab sie gesehen Es gibt schon viele Gegenmittel Gegen die Ult vom Bastion irgendwie Aber Ich hab sie gesehen Aber Ich hab sie gesehen Ich bin auf dem Feuer Ja, rauf, 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 rauf Einfach Weißt du Kaum hab ich meine Aufnahme aufgemacht Läuft's wieder Aufgemacht oder ausgemacht? Ausgemacht Achso Ich hab, ich hab's ja letztes Dem ausgemacht, als es nicht lief Jetzt läuft's wieder Ich weiß aber nicht, warum Aber gut Whatever Whatever ist eine gute Einstellung Oh Da ist Okay Erst höre ich einen Reaper plötzlich sterben Und dann werde ich von hinten gegrabt Ja, genau Von dem Schade Ah, er hat mich getroffen Dreck Oh Gott Nein Hier, du auch ein bisschen Healing Nein Der, der Hanzo, in dem Hanzo-Videos sind uns ein Hacker, ne? Der hat Auto-Aim Okay Ne, ne, die Pfeile verfolgen Gegner bei dem... Bei dem, äh, bei dem Video Ich hab grad einfach mal zwei Gegner gekillt Ich hab ne Ult aufm... Auf dem Payload Die haben den, äh, links, Junkrat Du meinst, den Junkrat, den ich fast gekillt hätte? Ah, mich hat der Soldier gekillt Ich hätte beinahe den... Ne Alter, dieser Junkrat macht so unglaublich, ungöttlich viel Schaden Das ist so unfair Turret, hä... Hier, Heilung für dich Und hast dich hinter der Wand versteckt Hitshot Nein Helden sterben nicht? Zum Glück ist Junkrat kein Held Bleib einfach liegen Das ist besser für dich Aua Eine Ult von einem Roadhog Ja Ich find's immer lustig, wenn sie ne Ult brauchen, um mich zu tun Ja, für mich... Für mich brauchen sie, ähm, weniger als ne Ult Aber ich find's trotzdem mal cool, wenn sie deine Ult für zwei verwenden oder so Oh Gott Ich hab's immer in der Discords vier Du, komm mal her Schade, einer Nur, schade, nur einer Push, 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 push Ja, 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 ja Ich bin trapped Nein, der Krips Oh Der Krips Ich hab grad noch nen Tank gekillt Was, hab ich da 100% Schaden gemacht? Krass Ja, Senjata macht gut Schaden Wenn du einen Discord auf einmal aufgeladen und dann halbe HP von nem Tank sind dann einfach mal Ich lad noch net mal auf, ich schieße einzeln So, ja gut Weiß ich nicht Hä, weil, ähm, aufladen dauert meistens zu lang Fuck Alter, hatte der schon wieder Ult oder was war das? Was, I've got you my sides hat er gesagt, oder? Achso, dann war das der andere Penner Ja, das war bei dir das Soldier Ich muss vielleicht die Deathfreak erstmal da Der Soldier hat uns beide erwischt Dreck Ich muss eigentlich weiter hinten bleiben Was ist viel zu cool What the Nice Ganz ehrlich Ne, geht doch Nein, ich hab ihn fast Hier, deine Heilung Tracer hat eine Discots viermal wieder Ja, gewonnen Ich könnt sogar MVP als Part kriegen, aber Ich hab garantiert kein MVP Ich hab Supporta gespielt Ich bin kein MVP Ja, ja Ja, ja, Krebs halt Seinem scheiß Rad Sein Ja, und die Eliminations werden natürlich nur gewürdigt Ja, klar Ich weiß halt auch nicht, wie man on fire geht, aber Healing dann Gold Ich hab Damage dann Gold Hey, Level Up Und Level Up, genau Ich würd sagen, noch eine Runde, dann mach ich noch zwei Boxen auf Oder drei, wenn ich nochmal ein Level krieg Ich mach grad meine Box auf Stimmt, wir sind ja gerade sogar im Hauptmenü Warum bin ich rausgeflogen? Weil nicht genug Spieler da waren Ne, aber ich bin nicht in deiner Gruppe, mein ich Oh Das stimmt Drei Sprays Tracer Spray Vielleicht muss ich einfach mal Tracer spielen jetzt So, was Ich hab Ja, super Das Menü hat jetzt das abgebrochen Oh, Legendary Zenierter Skin Alter, du Lacker Was? Ich glaube, das hast du im Video Meinen Ja, natürlich Hab ich das im Video Oh, boy Oh, mein Gott Natürlich Einfach instant Signat Vor allem auch noch Signata, weißt du das? Einen der beiden Jam Support-Gems, die ich viel spiel Ja Und ne coole Genji-Pose Ich hab nur Mist bekommen Das war das von McCreene Voiceline Ne, das will ich nicht Aber ich hab Ich hab nen ganz coolen Tracer Spray Mei Mei Jade Ach, das war der grüne Ja, das kann man anziehen Luck Of Doom Ich hab Ich hab auch nen Signata Skin Signata Jade, glaube ich Also Grün halt Leaf Vielleicht auch Leaf Ey, aber das ist Und ich hab noch ne Voiceline So Ja, ich hab den Leaf Ich könnte natürlich auch wieder Ich könnte natürlich wieder Ein Spiel suchen, ne? Ja Ach, man kann dir jetzt die Highlights angucken Ich glaub ich spiel So gut Der Widowmaker Für den Weil ich den Widowmaker-Dings Also ich möchte das Dings haben Wie heißt das? Den Pic Cute Spray Cute Spray, ja Wie? Das muss ich Warte mal Was muss ich denn für das Cute Spray vom Dings, ne? Von Hanso Was muss ich denn für 150, äh, 1500 Heilungen mit der Ult von Signata Ist das eine Okay Ja gut, dann bleib ich halt gleich bei Signata Ja Ja, ich spiel Würdowmaker Weil ich nicht gesehen habe Was ich brauche Kann ich auch noch schnell gucken Wenn die Zeit anläuft Na, wie, wie, wie denn? Kann ja nicht ins, äh, wenn ich Ne, ich mein, wenn, bevor die Runde losgeht Weil wir mal im, äh, Dingraum sind In dem, in dem Sammelraum sind Kann man das da sehen? Ich dachte, da kann ich nochmal ins Menü Und dann könntest du die Achievements Und dann gehst du in die Kategorie Genau, ins Career Profile kannst du gehen Ich werde auch nochmal gucken, was mein zweites ist Wie wollt man? Support Defense Get 4 Kills or Assists Wow, innerhalb von 6 Sekunden 4 Kills mit Oder Assists mit der Discords 4 Weißt du, was ich viel schlimmer finde? Ich soll 2 Kills mit dem Mit einem Scattershot machen Für den Pixelspray von Hanso Der Scattershot macht keinen Schaden Aber gut Ähm, warte mal, wo bist du grad? Du Ranch Darum Guck mal, den Skin Ah, zwischisch grad weg Ich bin unter dir Natürlich kriegst du Fair Jetzt ne Runde Jetzt ne Runde Widowmaker Ja Das Ding ist halt Mit Widowmaker brauchst Hm Komm, ey Fucking Farrah Äh, Reaper am Punkt Hinter dir ist ne Farrah Ja, ich hab mich grad auf den Reaper konzentrieren müssen Leider Das war ne scheiß Idee Vor allem wie viele Raketen hat die gebraucht Ich bin squishy wie Sau Die hat 6 mal schießen müssen Ja, ich sterb immer mit 2 Also anscheinend treffen sie mich einfach immer genau ins Gesicht Get on the objective Blöd ist natürlich, dass Zenier da kein Movement Skill hat Ja Hanso auch nicht, dass er Aber Na gut, aber Hanso kann die Wand hoch Ja, aber das hilft Alter Links, rechts, geradeaus immer nur auf mich Ich hab dich, ich hab dich gerecht Ja, aber Du hast mich halt auch geheilt Das Problem ist Vor mir war ein Reaper und ne Farrah Und hinter mir Ne Tracer Alleine auf dem Punkt kann ich halt auch nichts machen Ich weiß auch nicht, was unser Team gerade macht Haben wir überhaupt nen Tank? Nö Ne, haben wir nicht Warum auch? Ne Tracer ist ja viel besser als Verteidigerin Ja Ne, ganz ehrlich Ganz ehrlich Ich Solche Teams kann ich einfach nicht ab Weißt du das eigentlich? Ja, natürlich Vor allem, ich bin so ziemlich der Einzige, der nicht wechseln kann Der Builder vielleicht noch Torbjörn könnte noch wichtig sein, aber ich bin der einzige Supporter gerade Natürlich bist du der einzige Supporter Oder so, wobei ich eigentlich gesagt habe, ich bin nie Supporter in so nem Spiel Super, und natürlich hat direkt Ische von Tracer auf Widowmaker gewechselt Als Widowmaker frei, äh als der Sniper frei wurde Wieso darf, wieso kann man eigentlich Weißt du was, weißt du was Natürlich, Cheater Ach Cheater mit seinem Aimboard Alter, jetzt kann man noch das Holdscher Ja, ich weiß Das ist halt gerade so ein Team, wo man sich fühlt, als würden die halt Spiel, äh, irgendwie Als würde man allein spielen gegen fünf Ja, und einer von uns hat das Spiel verlassen Das gibt hoffentlich auch ne lange Bestrafung Dafür haben wir einen neuen Spieler gekriegt, der sich jetzt aufregt, dass er in ein verlorenes Spiel geht Ja Es macht halt keinen Spaß, weil Diva immer noch instant platzt Diva ist halt auch ein Flank und kein Tank Oh, fuck Ja, du kannst, sie macht halt aber nicht mal genug Schaden, selbst wenn du genau im Gesicht stehst Ja, da rennen Genthi und Hanzo halt direkt vor uns rum Ja Wieso haben wir jetzt zwei Widowmaker? Ich war eine Jetzt sind wir drei Widowmaker gelesen, weißt du? Natürlich Natürlich Natürlich, McCree Ist fair Ist fair McCree hat halt Hat halt alle fünf Sekunden Alle zwei Sekunden sein Sein Dauerfeuer Ja, okay, ich hatte gerade Was? Warum habe ich einen 500er Ping? Was soll ich das? Was hat mich da gerade Struck? Vor allem, ich versuche mich mit einem Genshin Ich habe übrigens einen 500er Ping aus dem Nichts Ah, und die Tracer hat halt mal einen 10-Spieler-Skillstreak In the f... Weil die halt auch ungestört in der Basis rumrennt Wie gesagt, mit 500 MS Ping kann ich nichts machen Und ich weiß nicht, wo er herkommt, weil ich nichts anhabe außer dem Spiel Jetzt habe ich wieder normal Ähm, Moment Habe ich gerade nicht aufgehört zu schießen? Okay, er hat gar nicht reflektiert Doch, er hat reflektiert Ne, super Ein Genshi Ein Genshi kann eine Rakete von einem Verbündeten zum Beispiel auf dich selber Auf jemand anderen weiterfeuern, ne? Das finde ich auch nicht so spaßig Platz, du Genshi 100% von mir Was geil ist, ich muss nicht mal richtig zielen für meine Discords 4 Kann halt auch nicht für das gesamte Team blocken in alle Richtungen Natürlich Kill Assist, danke Reaper, Reaper, Reaper Wo? Noch einer? Ne, er ist weggerannt Weil da war gerade schon mal einer, den ich gekillt habe Fuck Wollt ich gerade zum Health Kit, ne? Von hinten die Tracer, von hinten die Tracer Und natürlich geht alle weg von eurem Support Irgendwas, ja McCree hat mich gestunnt Die sind zu dritt bei dem, bei dem kleinen Tunnel mit dem Health Pack Ich weiß Aber ich kann ja nicht reingehen Also, ich auch Solange sie da drin sind, ist es mir Ich lauf jetzt mal rein Ja, ich kann eigentlich auch nicht reingehen Also von dem her Gag Stunt Ja, klar Ja, du hast halt Ich, ich Treff halt mit der Crew, aber der wird mich umgekriegen Ich hab ne Ult Reaper Reaper Ja, auch wenn ich, äh Ich hätte Ult aktivieren sollen anstelle der Discord-Sphäre auf ihn Da, Alter Tot Tracer ist nur ein dummer Champ, ne? Fuck, ich brauch Heilung Ihr habt dich Und der Solche auch Und Q Experienz Tranquilität Hinter uns hin Wir haben jetzt die Ultra Unfair Combo, ne? Die Ultra Unfair Combo Bastian und Reinhard Ja Gerade wieder ein Reaper hinter uns rumgerannt Ja, der Reaper ist tot Ich brauch HP Ich bin da Komm, einen Schritt raus So, hab dich Tracer im Tunnel Ja, ja Was? Der Soldier hat noch ne Rakete geschossen auf gut Glück und hat mich damit getroffen Fuck you Nein, ich wollte die Ult mal anzünden Dann wurde ich Da schießen halt irgendwie sechs Leute permanent auf mich drauf Der Bastion hat die Oh, Heilungsruh Den wollte ich sagen Reaper von hinten Ja, und Tod Von vorne ein McCree Ah, das war ein Ultkill Würde vielleicht jemand helfen Nö Instant Instant tot Ich weiß nicht, was mich getötet hat Irgendwas hat mich instant vernichtet Also ich renne jetzt einfach auf Ja, das war der, der das Spiel verlassen hat, glaube ich Aber ich bin jetzt einfach mal selbstmatorisch auf der Punkt rannt Dann hab ich Zeit gegeben, zwei weiteren Spielern auf der Punkt zu rennen Hinter uns ist die Tracer Würde die vielleicht mal jemand Zehn Sekunden, Leute Zehn Sekunden Es würde halt helfen, wenn jemand die Tracer die ganze Zeit hinter unserem Arsch steht Overtime Ja Verloren, weil Verloren, weil unser Team dumm ist Die Tracer war die ganze Zeit hinter uns In diesem kleinen Gang drin Aber nö Killt keinen Den Übrigens, den Skin hat ich, glaube ich Aber jetzt natürlich nicht mehr Und natürlich eine McCree-Ult Ja, was sonst Oder ein Fanning Beide Ja, das war genau die Stelle, wo er mich da mit der Ult erwischt hat Wir sind beide übrigens Ja Der hat 15 Leute mit seiner Ult gekillt Der McCree? McCree Ich will ja auch mal McCree spielen Ich hab ein ganzes Übrigens Ich hab übrigens Eine ganze Elimination bekommen Weil Ja Weil man's kann Okay, ich würde sagen Das reicht erstmal für die erste Runde Ja Wenn's euch gefallen hat Besser als uns Lasst einen Daumen nach oben da Lasst in jedem Fall Kommentare und konstruktive Kritik da Und ansonsten wie immer Bis zum nächsten Mal Einen schönen Abend noch Und tschüss Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal